Radio Pilatus, dies FCL-Radio. Pilatus, hier am Freitag, Vormittag. Und morgen gilt es wieder ernst für den FCL. Morgen geht es los in die neue Superleague-Saison. Und zwei Herren, die wegen dem im Einsatz stehen, sind jetzt hier bei mir im Studio. Zum einen der FCL-Gaali Dave Zibung. Zum anderen hat der Radio-Pilatus-Sport-Reporter Marco Zibung. Du kommentierst morgen Abend das Spiel. Richtig, genau. Der FCL startet in die neue Saison. Morgen am Abend, viertel vor sechs Uhr, geht es los. Oswärts gegen den FC Lugano. Dave, deine vierzehnte Saison jetzt beim FCL. Ist man da eigentlich noch nervös vor so einem Spiel? Es ist eine andere Nervosität als natürlich vor den ersten Superligaspielen. Aber nichtsdestotrotz geht es nach einer langen Vorbereitungszeit das erste Mal wieder um Punkt. Es kommen wieder Ernstkämpfe. Und das ist auch in der vierzehnten Saison noch so. Das Kribbeln ist da, die Nervosität ist da. Die Aufgabe als Goalie ist nicht so. Es ist so einfach. Man muss bereit sein. Und darum, von diesem Zeitpunkt, wo ich da überhaupt nicht mehr nervös wäre oder das Kribbeln gar nicht mehr da wäre, wüsste ich auch ganz genau, jetzt ist der Zeitpunkt definitiv da, um aufhören. Okay. Jetzt ist es so, Sie haben ja eigentlich eine sackstarche Vorbereitung gespielt. Sie haben es gegen unter anderem Monaco und der FC Schalke 04 gewonnen. Finde ich persönlich ein bisschen gefährlich, gerade beim FC Luzern, weil da wird die Erwartungshaltung bei den Fans halt dann gleich ein bisschen grösser, wenn man so Gegner schlägt. Nicht? Ja, es ist sicher auch berechtigt, dass die Erwartungshaltung ein bisschen höher ist, wenn man solche klangvolle Gegner in der Vorbereitung schlägt. Die Wichtigung ist aber, dass wir Spieler ganz genau wissen, was Testspielresultate zählen. Und jeder weiss es, und sicher heute spätestens nach einem Abschlusstraining weiss, der Hinderste und der Letzte, dass Testspielresultate einfach nichts nützen im Hinblick auf die Meisterschaft. Es ist, eine andere Spannung wird da sein bei jedem einzelnen Spieler, es werden andere Gegner auf uns zukommen. Wir kennen Testspiele, es wird nicht so her zur Sache gegangen, Zweikämpfe werden nicht so hergeführt in der Meisterschaft. Und wir sind uns eigentlich ganz, ganz klar bewusst, dass morgen in Lugano von der ersten Sekunde an wird gefeitet werden und dass morgen vielleicht oder allenfalls über einen Kampf auch in Spielen gefunden werden muss. Weil in Lugano in dieser Hitze mit einem stumpfen Platz wahrscheinlich gewöhnst du nur mit schönen Spielen nichts. Aber wir haben ein gutes Selbstvertrauen nach diesen Testspielen gegen diese grossen Mannschaften, das ist klar. Was definiert man sich jetzt da für Ziel vor dem ersten Spiel? Geht das überhaupt schon oder muss man da noch ein paar Spiele abwarten? Wie sehen Sie das als Spieler? Ja, wichtig ist jetzt sicher mal, dass man gut in die Meisterschaft einstartet. Wir haben dann unmittelbar nachher das Europa-Cup-Spiel gegen Sassuolo zu Hause. Dann kommt das nächste Heimspiel gegen GIZ. Also wichtig ist jetzt mal, dass wir wirklich in Rhythmus kommen, dass der Motor richtig fad an Verlaufen. Unsere Ziele sind klar, wir wollen jedem Spiel das Beste geben. Wir wissen, wenn wir unsere Leistungsgrenze kommen können, dann wird es jeder Gegner gegen uns schwer haben. Wir wissen aber auch, wenn wir meinen, wir können mit 95% Fussball spielen, dass wir gegen jede Gegner Probleme haben. Darum werden wir jetzt einfach alles daran setzen, dass der Motor richtig ins Laufen kommt. Wir wollen Resultate erzielen, weil Anfang der Saison ist es besonders wichtig, dass man Resultate hat und das schöne Spielen oder gute Matches sehen, das kommt dann im Verlauf der Saison. Aber wichtig ist, dass du am Anfang Punkte hast, damit nicht schon nach dem dritten, vierten Match totale Unruhe ist. Du durfst vorher im Gewinner anrufen von den Abo-Cards, die per SMS verlassen sind. Bist du richtig höflich gewesen? Du hast sogar gesiedzt. Ja, das gehört sich, wenn man die Leute gekannt hat, ist klar. Aber man hört es uns an. Es war eine Überraschung für den Kregel aus Emme. Hier ist Herr Hefliger. Herr Hefliger, guten Morgen. Dave Zibung vom FC Luzern am Telefon. Salut, Dave. Sind Sie gerade am Arbeiten oder störe ich gerade? Nein, alles gut. Ich habe gerade Zeit, ja. Sind Sie denn vorhin bereit, dass ich Ihnen mitteilen darf, dass Sie der glückliche Gewinner sind von zwei Abo-Cards von unseren Heimspielen in der neuen Saison in der Suisseport Arena? Nein, das ist sensationell. Freue mich riesig, wirklich. Das ist der Aufsteller vom Tag. Das ist schön, das ist schön. Der Aufsteller vom Tag. Tipptopp. Danke, Dave. Bist du vorbeigekommen. Und für alle, die jetzt nicht Glück hatten bei der Abo-Card, die kann man natürlich immer noch posten. Den Link zu dieser findet ihr auf radiopilatus.ch. Dave Zibung, schön bist du da gewesen. Guten Matchmorgen. Danke. Und bis gleich wieder einmal. Hoffentlich. Danke. Danke. Radio Pilatus Das ist schön, 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 das